Die finale Folge von Marvel's Secret Invasion ist soeben erschienen und ich kann glaube zum allerersten Mal sagen auf diesem Kanal, dass ich gerade live den größten Flop von Marvel miterlebt habe. Und glaubt mir, ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich dies überhaupt jemals noch sagen werde, aber... Ja, es ist glaube ich endlich passiert. Marvel ist in eine Route gegangen, die mir absolut gar nicht gefällt. Und auch wenn ich schon nicht wirklich große Hoffnungen hatte, was Secret Invasion angeht, ist die Serie leider von Folge zu Folge weiter den Bach untergegangen. So sollte euch nach dieser Anrede auch klar sein, dass dieses Video auch als eine Review gilt für das Finale von Secret Invasion, beziehungsweise eine Review zu der kompletten Serie. Denn heute werde ich ein paar Sachen rauslassen, die mich an der Serie gestört haben. Wobei ein paar Sachen ein bisschen untertrieben ist, denn es haben mich so gut wie nur Sachen an der Serie gestört. Und ich habe nicht viel Positives für den ganzen zu sagen. Vorweg sei gesagt, wie schlimm es eigentlich ist, ich bin ein Mensch, der sich speziell was Marvel angeht, immer versucht gering zu halten, was Erwartungen angeht. Ich preache auch immer hier auf dem Kanal, möglichst geringe Erwartungen zu haben. Und da ich schon teilweise wusste, in welche Richtung Secret Invasion gehen wird, konnte ich mich schon erahnen, okay, es wird wahrscheinlich nicht so unbedingt mein Fall sein, weshalb ich so gut wie kaum Erwartungen hatte. Und obwohl ich so gut wie kaum Erwartungen hatte, wurde ich enttäuscht. Ich wurde wirklich durch diese Serie eines Besseren belehrt, denn ich habe wirklich immer gedacht, Wenn man doch keine Erwartungen hat, dann kann man doch auch nicht enttäuscht werden. So wie es uns auch MJ beigebracht hatte, ne? Aber MJ liegt ganz klar falsch, denn ich wurde ziemlich heftig enttäuscht. Doch wieso eigentlich? Nun, um meine Unzufriedenheit zu der ganzen Serie richtig zu verstehen, solltet ihr auch im Allgemeinen verstehen, um was es eigentlich in Secret Invasion gehen sollte. Oder was allgemein auch Secret Invasion ist. Ich habe dazu bereits schon ein ganzes Video gemacht, aber ich fasse es euch einfach hier nochmals kurz zusammen, damit ihr nicht noch extra auf ein anderes Video klicken müsst. Secret Invasion sollte ein Event sein, was sich ausführlich mit den Squalls beschäftigt. Um genau zu sein, sollte es so gesehen ein Espionage-Thriller sein, in dem man einfach nicht wissen kann, wem man vertrauen kann, was denn jetzt wirklich die Wahrheit ist, die man sich anschaut und eben natürlicherweise dann auch ganz viel Spannung mit dem Spiel ist. Das große Gimmick hierbei wäre natürlich die Squalls, die die Möglichkeit haben, ihre Form zu verändern, wie sie es eben möchten. Und hierbei von Secret Invasion war eben der große Plot, dass die Squalls im Verlauf der letzten Jahre langsam aber sicher daran gearbeitet haben, die Menschen zu ersetzen. Was an sich ein sehr ansprechender Plot ist, der vor allem für sehr viel Spannung sorgen sollte, spezifisch eben in einer Welt, wo wir so viele verschiedene Charaktere haben, bei dem dieses Konzept eigentlich interessant wäre. Das Problem hierbei ist aber einfach, dass nichts, was ich gerade erwähnt habe, im Endeffekt in dieser Serie aufgetreten ist. Es gab absolut gar keine Spannung, es gab absolut gar keine Paranoia und allgemein, sag ich mal, dieser Mystery-Füller-Aspekt hat einfach nicht existiert. Alles, was man wirklich in der Serie gesehen hat, war berechenbar bzw. glasklar und man hatte niemals nur ansatzweise einen Moment, wo man sich gedacht hat, oh mein Gott, der war wirklich der, dass es wirklich so passiert, was eigentlich das Main-Ding sein sollte. Das heißt also, die eigentliche Prämisse der Serie wurde gar nicht eingehalten. Was eine Sache ist. Denn auch wenn die Prämisse nicht eingehalten wird, heißt es ja nicht, dass man nicht wirklich Spaß von einer Serie haben kann. Denn abgesehen davon, dass man wirklich das Genre richtig trifft, könnte man ja immer noch sagen, okay, die Charaktere haben wirklich Spaß gemacht, die Serie wurde gut geschieben und man hatte noch viele andere Takeaways von dem ganzen Watch. Doch diese waren auch nicht wirklich da. Nick Fury ist zwar ein legendärer Charakter innerhalb des MCUs, aber er konnte die ganze Serie bei weitem nicht tragen. Alles, was wir von ihm gesehen haben, war eigentlich immer nur wieder ein alter Mann, der ziemlich gebrechlich war und einfach nur ein paar ruhige Konversationen gehalten hat, um den ganzen Konflikt zwischen der Regierung und den Squalls zu lösen. Und das ist ein Punkt, wo viele leicht in die Falle tappen, denn Secret Invasion wurde ja bekannterweise auch damit promotet, dass es wirklich einen viel ruhigeren Ton haben sollte, erwachsener sein soll und so gesehen die Stimmung darstellen soll von Captain America The Winter Soldier. Was an sich mega cool ist. Das ist eine Sache, die viele innerhalb des MCUs vermisst haben und man echt wieder gerne gesehen hätte. Wieder diese ernste Ader des MCUs in voller Pracht zu showcasen. Doch selbst dies hat die Serie nicht wirklich geschafft. Die Serie war zwar wieder viel ruhiger, als das, wie wir eigentlich von dem MCU gewohnt sind, aber sie war einfach zu ruhig. Das war kein gutes Writing, was wir hier gesehen haben. Das war einfach nur absolut langweiliges und faules Writing. Denn selbst eine ruhige Serie schafft es, viel Spannung aufzubauen. Ich hatte mir wenigstens erhofft, dass man es schafft, Nick Fury nochmal zu einem ansprechenderen Charakter zu machen. Aber ich muss sagen, dieses Projekt ist genau das eine, was eigentlich für Nick Fury gedacht hat und in dem eben Nick Fury so unansprechend wie je zuvor wirkt. Der einzige Plot von Nick Fury, den man hier gezeigt bekommt, ist, dass er seine Kacke aufräumen möchte, bei denen auch seine Avenger-Freunde helfen hätten können und dass er in einen fucking Squall verliebt ist. Nur damit er sich wieder auf seine Space Station verpissen kann und die nächste Handlung in dem nächsten Projekt abliefern kann. Wenn es um Nick Fury geht, hättet ihr die Serie nicht mal schauen müssen, denn sie hat absolut nichts Positives oder Wissenswertes zu dem Charakter gebracht. Und gerade da Nick Fury der tragende Charakter der ganzen Serie sein sollte, macht es das Ganze einfach nur umso trauriger. Denn abseits von Nick Fury gibt es keinen einzigen Charakter, der ansatzweise interessant wirkt. Man versucht Talos interessant wirken zu lassen, Gaia, Sonya und so weiter und so fort, aber kein Charakter hat wirklich gezündet. Alles, was wir gesehen haben, war nur absolut generisch. Und man hat versucht, in dieser kurzen Zeit nochmals viel Drama einwirken zu lassen, wo eigentlich gar kein Drama vorhanden war, da es nicht wirklich Charaktere waren, die uns wirklich wichtig sind. Ein Talos, den wir nur ganz wenig innerhalb des MCUs gesehen haben, der wieder mit komplett neuen Charakteren verbunden wird, die gar nichts mit ihm zu tun haben, kann das Ganze einfach nicht gut genug darstellen. Also was auch die Charaktere eingeht, die in der Serie gezeigt werden, beziehungsweise die eingeführt wurden, hat mir eigentlich gar keiner wirklich gefallen oder unterhalten. Es gab wirklich nur einen Charakter, den mir sehr gefallen hat und das war eben Sonya, die eben von Olivia Colman gespielt wird, die ich wirklich absolut liebe. Es ist einfach eine unfassbar charismatische Frau und die fängt dich halt eben auch in der Rolle ein. Ich finde, das ist eigentlich ein nicer Charakter, den ich auch zukünftig gerne öfter sehen möchte, der actually auch eine Legacy noch innerhalb des MCUs haben könnte. Aber der Rest war für mich wirklich einfach vergesslich. Selbst eine Emilia Clarke, die ich mega mag, konnte es nicht tun. Sonya ist basically das einzig wirklich Gute, was für mich aus der Serie herausgekommen ist. Also bitte bringt mehr mit ihr, fügt sie in eine größere neue Rolle ein, die eine wirkliche Wichtigkeit hat. Secret Invasion fühlt sich wirklich absolut verschwenderisch an, weil man hat einfach versucht, den Plot von den Comics zu nehmen und ihn eben in Live-Action umzusetzen, aber man versteht einfach nicht, dass das, was diesen Plot in den Comics so unglaublich cool und interessant gemacht hat, in Live-Action nur zu 1% basically auftritt. In den Comics wurde diese Intrige und Spannung wirklich mega gut aufgebaut, weil es wirklich ein Avengers Endgame-like Event basically war. So gut wie alle verschiedenen möglichen Helden, die wir kennen, von Wolverine zu Spider-Man, hatten alle dort ihren Auftritt und liefen einfach Gefahr, dass sie möglicherweise eben ein Squall hätte sein können. So endete das Ganze natürlich auch in einem riesigen Clash zwischen all unseren Helden und all den verschiedenen Fake-Squalls. Und der einzige Fake-Squall, beziehungsweise Held, der in der Serie aufgetreten ist, war einfach War Machine, Rhodey. Wir hatten also basically nur eine Person, wer der Traitor hätte sein können. Und dann kein Disrespect zu Rhodey, aber im Endeffekt war es dann auch noch Rhodey. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, was ihr gerade seht, war Secret Invasion in den Comics. Das, was ihr jetzt seht, war Secret Invasion in der Serie. Basically Nick Fury, Talos und Rhodey. Weshalb man sich doch denken könnte, dass das Gefühl von Secret Invasion niemals hier hätte auftreten können. Deswegen finde ich, dass es einfach eine unglaublich verschwenderische Serie, ein unglaublich verschwenderisches Projekt ist, was man sich doch einfach hätte für die Zukunft hätte aufsparen können, wodurch man dann ein wirkliches richtiges Avengers-Secret-Invasion-Event hätte machen können. Was die Leute eigentlich sehr gemocht hätten und was auch die Squalls als Spezies, als Gimmick nicht verschwendet hätte. Der Kern, weshalb Secret Invasion in den Comics funktioniert hat, tritt in dieser Serie einfach zu 0% auf. Und ich möchte dir einfach klar machen, das Video ist kein Hate, indem ich mich beschwere, dass man das Ganze nicht wie in den Comics gemacht hat, sondern eben eher ein Aufweck-Call, dass man aus den Comics umsetzen wollte, was richtig cool und interessant war, aber eben die interessanten Aspekte von den Comics weggelassen hat und dann eben dieses Projekt gemacht hat, was einfach keinen Mehrwert hat. Dazu kommt auch noch, dass die ganze Serie nicht nur ein riesiges Event innerhalb des MCUs verschwendet hat und uns eine komplett flache, uninteressante Geschichte abgeliefert hat dazu, dass man auch bestimmte Charaktere mega kacke behandelt hat. Ich habe hier bestimmt zwei Charaktere in den Kopf, die von Anfang an des MCUs dabei waren, die Leute eigentlich gerne gesehen haben oder von den Leuten wirklich etwas erwartet haben und in der Serie einfach diminished wurden, also wirklich komplett runtergestellt wurden. Das wären Maria Hill und Rhodey, unser War Machine. Maria Hill wurde einfach straight in der ersten Episode einfach abgemuckst. Diese Entscheidung hat man getroffen, um natürlich die Zuschauer zu schockieren und klar zu machen, ey yo, das ist das Thema der ganzen Serie, du kannst niemandem vertrauen, etc. etc. Nicht nur war die ganze Sequenz nicht gut dargestellt, dazu kommt noch noch, dass man diesen Charakter einfach viel zu früh abgemuckst hat. Maria Hill hätte ein Charakter sein können, der wirklich in die Serie gut reingepasst hätte, der wirklich die Serie teils hätte tragen können, aber bei dem man sich entschieden hat, okay, brauchen wir doch nicht, schicken wir diesen jahrzehntelangen Charakter einfach aus dem Fenster und verabschieden uns für immer von diesem. Hat mir nicht gefallen, eine Entscheidung, die ich niemals getroffen hätte, wenn man schon einen solchen alten Charakter wirklich verabschieden möchte, dann verabschiedet man ihn richtig und nicht, wie gesagt, in einem komplett unnötigen Projekt. Zweiteres wäre Rhodey. Die große Enthüllung von Rhodey in dem Finale war, dass er ja in Wirklichkeit ein Squall war und gekidnappt wurde. Nun, wir haben noch keine offizielle Bestätigung, wie lange er jetzt wirklich weg war, aber unseren logischen Schlüssen zufolge nach, wie wir es auch in unserer Analyse besprochen haben, ist Rhodey seit Captain America Civil War nicht mehr Rhodey. Das heißt, wenn dies wirklich so sein sollte, was auch perfekt einen Sinn macht, hat unser Rhodey den Blip nicht mitbekommen und nicht mitbekommen, wie Tony stirbt und so weiter und so fort. Das ist ein Fakt, der mich sehr stört. Nicht, dass man sich entschieden hat, Rhodey einfach zu einem Squall zu machen, sondern weil die Serie erstens nicht gut dargestellt ist und zweitens, dass die Momente zwischen Tony und Rhodey, vor allem die man noch in Endgame bekommen hat, extrem niedermacht. Das waren solche monumentale Momente innerhalb des MCUs, die uns auch mal dieses schöne Ende beschert haben, und jetzt, um diesen Plot nochmal einzuwickeln, hat man diese vorherigen Beziehungen, die schön aufgebaut wurden im MCU, basically geredconnt. Absolut gar kein Fan davon. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment war Rhodey nicht Rhodey. Ist kacke. Ihr könnt das wohl verstehen. Nun ist es noch kein richtiger Fakt im MCU, aber ich bin mir sicher, dass man es nicht 100% so gedacht hat, es so im MCU umzusetzen. Dass Rhodey die letzten 7, 8 Jahre nicht mehr da war. Klar kann man das Ganze nochmal retconnen, denn wir haben noch keine richtige Bestätigung innerhalb der Serie dafür bekommen, und das kann man eigentlich sehr leicht umschreiben, aber es macht einfach für den Zuschauer perfekt den Sinn, dass es eigentlich so gedacht war. Also mal schauen, was damit noch passieren wird. Was sich dann auch wirklich zu dem letzten Ding bringt, und dass nochmal ein Finale aufgetreten ist, und das wäre der Kampf zwischen Gia, oder Gaia, und Garak. Hier wurde wirklich der Super Squall kreiert, und wir kriegen eben den großen finalen Fight zwischen diesen zwei Squalls. Hierbei sei gesagt, dass diese kreiert wurden durch den Harvest, was so gesehen eine Fiole ist, mit der ganzen DNA aller verschiedener krasser Helden, die wir kennen. Captain Marvel, Thor, Hulk, und so weiter und so fort. Sogar Thanos ist da mit dabei. Und diese Squalls, wie ihr hier seht, haben basically die ganzen Kräfte von diesen verschiedenen Charakteren bekommen. Einer stirbt, nur noch einer ist übrig, und dies ist die gute. Zum einen hat mir hier nicht gefallen, wie sich das CGI bei Gaia ausgewirkt hat, da es wirklich sehr unnatürlich aussah, und es sich wirklich so aussah, als wäre dies wirklich ein Teil ihres Körpers, wenn sie andere Kräfte benutzt hat. Und die Action-Sequenzen haben mir auch nicht so wirklich gefallen, was aber wie eine Sache ist, die durchgehend in der Serie öfters auftritt. Aber das größte Ding, was sich stört, ist einfach, dass wir jetzt einen Charakter mit solch einer DNA haben, was das MCU nochmal ein bisschen aufwirbelt. An sich habe ich kein Problem damit, aber dass, sag ich mal, so einfach gelöst wurde, dass wir solch einen Charakter mit einem Schnipser kreieren können, stört mich irgendwie, und wie das die Balance auch später hin im MCU nochmals aufwirbeln wird. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, die Serie hat basically den stärksten Charakter aller Zeiten kreiert. Stärker als Captain Marvel und so weiter und so fort. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema für ein anderes Video, was ich hier nicht besprechen werde, aber ich denke mir einfach, das war absolut unnötig. Denn wie ich schon vorhin erwähnt habe, das war wirklich ein Plot, den mit Leichtigkeit seine Avengers-Freunde hätte lösen können. Man wollte einfach einen neuen OP-Charakter erstellen, was, I guess, okay ist, aber, ja, ganz wirre Gedanken habe ich zu diesem Charakter. Zum Ende gibt es für mich, glaube ich, nur eine wirklich gute Sache, die ich dir sagen kann, und das wäre, dass die Darstellung von Gewalt wirklich besser geworden ist in dieser Serie, aber selbst dieser Darstellung kann ich nicht wirklich vertrauen, da ich mir vorstellen kann, wir sehen das einmal und dann nie wieder. Vielleicht auch mal in Deadpool, aber das war's. Deswegen freue ich mich nicht allzu sehr darüber und nur weil jemand jetzt einen Headshot bekommt, macht es die Serie jetzt auch nicht besser, ich sag's mal so. Im Endeffekt ging die Serie für mich einfach nur darum, wie Nick Fury herumhumpelt und einen Alien bumst. That's basically it for me. Deshalb ich wirklich sagen kann, dass die Serie kaum einen Mehrwert für mich hat. Klar, es hat neue Sachen eingeführt, die wohl in der Zukunft von noch in irgendwelchen anderen Projekten erkundet werden, aber dieses Projekt ist das allererste Projekt, wo ich wirklich sagen muss, das ist das schlechteste Projekt, was Marvel je kreiert hat und es gibt wirklich keinem etwas. Die Serie ist von Anfang bis Ende einfach nur langweilig, hat keinen wirklich coolen Aspekt, wo man sich dann mal wenigstens kurz denkt, oh nice, es macht einfach nichts für mich. Secret in Welchen ist wirklich ein klops ungenutztes Potenzial und ist schlussendlich für mich wirklich der Beweis und der Zenit dafür, dass Marvel einfach versucht hat, zu viel Content in kurzer Zeit rauszuhauen. Denn glaubt mir, in dem Marvel vor drei Jahren wäre dieses Projekt niemals durchgekommen. Es sind einfach komplett unnötig verschwendete 200 Millionen Dollar, die in diese Serie gesteckt wurden, die man hätte für viel bessere Dinge nutzen können. So gebe ich diesem Projekt wohl die niedrigste Wertung, die ich je einem Projekt gegeben habe auf dem Kanal, was eine 3,5 von 10 wäre. Und das war's von mir und meiner Meinung zu Secret in Welchen. Ich glaube, das ist schon ein Statement genug und ich bin mal interessant, wie ihr zu dem Ganzen steht. Denn ich als großer Marvel-Fan, sage mal, konnte gar nichts damit anfangen. Eure Meinung könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare da lassen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls euch das Video gefallen hat. Ein Abo, um meine zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen. Und falls ihr die Serie noch nicht geschaut haben solltet, könnt ihr euch gerne mein Ende erklärt-Video zu der Serie anschauen. Denn das ist wirklich alles, was ihr zu der Serie wissen müsst. Mehr gibt es wirklich nicht. Ihr müsst die Serie nicht schauen. Das wäre es von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde damit sagen, Love you free time.